größe besser rage of bahamut virgin soul episode 9 was soll man dazu sagen er soll man erfährt wie nina mit farberot zusammengekommen ist er ist anscheinend irgendwie in ihr dorf gestoppert und hat hier herumgeludert und gehurt wie sonst keiner das übliche was der mann halt eben macht also quasi sucht die kneipe sucht das bier sucht den alkohol sucht die frauen und anscheinend von den erzählungen die der paar loslässt die sie überhört hat hat die junge version von nina entschlossen hier sie möchte auch kopfgeldjäger werden und hat eben farberot mehr oder weniger genötigt okay sie auszubilden sofern wir das was die da gemacht haben ausbildung nennen können und das ist eine flashback geschichte in bezug auf während sich kaiser und faro im knast unterhalten beim steine klopfen wortwörtlich an der anderen seite auf der seite des frauen knostes so hintergittern hast du eben nina und jandark die sich anscheinend relativ auf anhieb gut verstehen zumindest ist nina jemand der eine relativ frohe natur ist und auch in so unglaublichen umständen wie zb in einer höhle steine schleppen zum wohlgefallen aller zumindest zwischen denen die die hilfe brauchen bei solchen sachen ist ja voll dabei schwere sachen schleppen ist ihr ding und endlich hat sie immer diesen seltsamen dialog den sie aber eigentlich jetzt an diesem zeitpunkt gar nicht einmal zu papier bringen kann also die briefe die sie schreibt an ihre mutter quasi hier sind jetzt viele freunde und es macht auch sehr viel spaß zu sagen wow ehrlich weißt du das ist eher noch ein für sich selbst innerer monolog den sie für sich selbst hält und okay und dass sie es gut findet jetzt im knast damit sie ein bisschen nachsichtigkeit lernt ein verwöhntes kind wie sie sollte das auch mal haben okay das ist eine interessante einstellung zu sich selbst okay und aus irgendeinem grund scheint hier irgendetwas schräg zu sein ich weiß nicht ob es mir so auffällt oder ob es wirklich ein plotpunkt ist da im gespräch mit nina und jandark aufkommt dass muguru die junge schräg strich mädchen der mit nina herumgezogen ist und vorher bei azasil war eigentlich ein mädchen ist laut ninas aussage und aus irgendeinem unerfindlichen grund daher ich würde mir mal denken dass eine mutter weiß was für ein geschlechtes kind hat will auch schon nach trotzdem dieses kind kennenlernen mit den zwei verschiedenfarbigen augen weil sie sich aus irgendeinem grund wahrscheinlich irgendwas erhofft ich weiß nicht genau was oder denkt ihr auch dass es möglich ist dass es ihr kind ist ja wobei okay warum auch nicht auf jeden fall ist das ganze das ganze dreht sich jetzt momentan ziemlich genau ein bisschen mehr so ein backstory verhalten ist vor allem nach dem schluss dann dabei rauskommt dass nina zusammen mit jandark den schluss fast okay wir brechen hier aus für nina wäre es wahrscheinlich gar nicht einmal so ein wahnsinniges problem und die könnte eigentlich alles überrumpeln aber naja wir werden ja sehen dass das das und ich glaube da ein ähnlicher ein ähnlicher verdachtsmoment ist auch gegeben wenn man zu faber und kaiser schaltet jay das kaiser immer ich habe ich muss ich muss ich muss da ja noch kurz vor ende dieser episode noch zu nina kommen zu rita kommen entschuldigung rita rita der einzige niedliche zombie der auch das macht was ein zombie machen sollte was ich der serie hoch anrechne muss ich übrigens sagen okay weil einfach nur niedlich und zombie ist ja schön und recht aber ein zombie sollte auch leute fressen sonst ist das kein zombie okay und ich muss ihr recht geben mit der aussage dass er sich immer noch wie ein waschlappen verhält er immer noch so quasi warum bin ich hier ich sollte ich habe nichts verbracht und sage ich oh burschi burschi er hat immer noch dieses er war doch früher nicht so was ist passiert der ist so abgeweicht das ist nicht mehr normal was soll das hier stimmt doch was nicht er war doch komplett war doch zumindest einfach ein vernünftiger charakter in der letzten serie also kaiser hat sich er hat irrsinnig nachgelassen faber ist immer noch das gleiche präpotente arschloch aber naja und wir werden dann so zurück zur ganzen geschlaute mit rita kommt die hat sich die kutsche schrägstrich hypogreif kombo von bachos geschnappt und macht mehr oder weniger ein auf apokalypse schrägstrich ähm na sag schon mary poppins quasi es regnet zombies von oben sie macht den falschen angriff auf das gefängnis das kommt in der nächsten episode wahrscheinlich vor fliegende kutsche über das gefängnis rita springt ab mit regelschirm wenn ich nicht irgendwo an demnächst einmal irgendeine komische äh jokepartie darüber sehe in irgendeinem video auf youtube bin ich von der ganzen Welt enttäuscht ok abgesehen von den ganzen scherzen von gar nicht auf der galaxy zu den klassischen disney verorschungen zu einfach nur mädchen springt mit regelschirm über ein gefängnis ab hat er denn hier auch denn niemand mit schirmscharm und belohne gesehen also egal ich könnte sich so viele scherzen machen wenn ich den geist hätte und besser enden könnte und mich youtube nicht andauernd in den arsch schneifen würde würde ich es ja machen aber ich habe keinen bock mehr auf jeden fall das ist das 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 top die serie wunderbar oben also die episode wunderbar oben mit Fallschirm springender rita auf gefängniskurs lassen sie mal alle raten was da passieren wird wenn ein lolli zombie auf rescue mission ist mit ungefähr dem skrupel eines modernen politikers der es wird lustig sehr in dem fall cheers bis zum nächsten mal also wie gesagt rage of bahamut version episode 9 kann ich empfehlen etwas ruhiger sind alle episoden momentan kurz vor ende bevor das große schlussakt kommt ist immer etwas die ruhe vor dem sturm und jetzt gerade ist es auch so in dieser episode ja also jetzt man bekommt es mit vorgeführt oder wird es lustig nächstes mal also zieht euch warm an und klemmt und kleift die Arschpacken zusammen cheers bis zum nächsten mal Ahh und da ein oder